Es ist hier so heiß Oder denk ich das nur Oh, das brennt Oh, das brennt Das ist total nett Ne, ich wusste Alter, was ist das denn? Das ist ein Kino Was denn? Ich brauch dringend eine Polizeistation Ach ja, genau Habt keine Angst, Maxis Man ist hier Äh, damit meine ich mich Hallo der Gentsch, sehr erfreut Mein Maxi-Scanner empfängt Notrufe von bedauernswerten verletzten Bürgern Das war doch zweifelsohne dieser ruchlose Dr. Wu Keine Sorge, ich habe meinen unglaublichen Defibrilstrahl What the fuck Da steckt viel Forschung drin Ich kann diese armen Verletzten retten Gegen einen kleinen Aufpreis Von der Geschäftsmann Alter, sorgen Sie dafür, dass Maxis Man drei Sims halt Leck mich Ich brauch jetzt erstmal eine Feuerbache Was ist das? Ich hab doch das Haus abgerissen Okay, jetzt brauch ich erstmal eine Polizeistation Müllmann Müllmann, lassen Sie an einem Tag Zehn Tonnen Müll einsammeln Cool Oh, ich bin bei der Hälfte der Zeit Wie viel kriege ich dafür denn? Oh, schon gut Ich soll den Doktor Oh mein Gott, hier brennt alles, oder? Alter, ich soll den Doktor Oh, es ist nicht übergebraten Ich soll diesen Okay Das hat sich erledigt jetzt Mit diesem Müll einsammeln Ich mach eine Ich mach eine Feuerwehr gleich Ich muss meine Feuerwehr deutlich aufbessern Das ist eines von diesem Ghetto Wir brauchen Arbeitnehmer für unsere Lieferung Scheiße, brennt das schon wieder irgendwo? Soll ich dir vielleicht das Feuerwagen rüberschicken? Ja, wäre nett Ich schütze meine Feuerwache Was soll denn ganz kurz? Ja, ich baue eine Feuerwache auf Eine Feuerwache auf Ich baue nur ein bisschen Geld Nur ein bisschen Geld So, jetzt brauche ich noch eine Stunde noch Habe ich genug Geld? Ne, zwei Stunden, scheiße Schick mir mal einen Feuerwehrwagen rüber Wie mache ich das denn? Achso, okay Du gehst auf die Feuerwache Und dann schickst du einen rüber Habe ich Der braucht aber wahrscheinlich eine Zeit Ja, warte, habe ich doch schon Katzen Müllwagen, hm Achso, keine Straßenverbindung zur Stadt vorhanden Ne, ich kann dir nichts schicken Oh, naja, egal Bauen wir halt einen Flughafen später Dann so einen Feuerwehrwagen extra damit transportieren Ey, unsere Stadt wird von der wirtschaftlichen Talfahrt mitgerissen Und nehmen sie jetzt was Mach das Stellen sie mehr Jobs zur Verfügung Ja, wie denn? Noch eine Stunde Julian, wie soll ich mehr Jobs machen, ey? Mit Fabriken Ja, habe ich hier Ja, du brauchst noch mehr Das ist normal Mehr Einwohner brauchen mehr Fabriken Du hast recht Maxisman handelt mega wirtschaftlich Alter Ich stelle dann Achso Okay, ich weiß, wieso Ich weiß nicht, wie viel Platz da war Ich stelle es mir nur So, Feuerwehr Was von mir ist denn? Bitte fahr los Ja, komm Dich auch Dankeschön Dann Ja, ich will das nicht lesen Normalerweise lese ich das ja gerne, aber Du sollst mir jetzt hier erstmal einen Feuerwehrwagen zur Verfügung stellen Kann ich nicht Wir stellen Leute ein Stellt schneller Leute ein Wie kann ich denn das hier verbessern? Ich kann mal sehen Ja, noch erreicht ihr nicht alle Brände So, jetzt bitte hinten Äh, löschen Ich bin schon wieder ein fucking Haus abgebrannt Ich verdiene jetzt 300 pro Stunde Oh, scheiße Polizeiwache schickt Beamten auf die Streife und regiert auf Notrufe Alle Verbrecher fangen einmal als kleine Gangster an Äh, wenn sie diese nicht festnehmen Begehen sie bald größere und dreistere Verbrechen Sims der unteren Einkommensschichten sind entsprechend abgehärtet Doch Sims der mittleren und oberen Einkommensschicht wollen In diesem vierten Leben mit den Verbrechern ihr Unwesen treiben Okay Ja, okay Was soll ich denn hier machen? Soll ich das schon wieder? So, Glocke Warte, ich kann das sogar upgraden 3000 kostende Glocke ist klar, Mama Warte, ich muss mein Krankenhaus verbessern Deutlich verbessern Scheißt die Wand an Da brennt es aber auch Oh je, es ist ein 12.000 Schlechter Zug Gangster Sorge dafür, dass die Polizei den ersten Verbrecher fest nimmt Geil Ich brauche noch eine zweite Feuerwehr Soll ich jetzt noch eine zweite Feuerwehr Soll so aus Guck mal Ich habe alles verbessert Noch Ähm Ne, mach das doch Ich mach das doch jetzt mal Das muss ein Teil So Gut Das ist gut Das würde ich dahinter stellen Die würde ich dann nehmen Das würde ich Ne Was ist denn da? Aber erst muss man mehr Einfluss Steuern Alter, die Miete kann ich sogar jetzt verringern Okay Okay Okay, was willst du denn jetzt? Glockenläuten Komm Ich will jetzt was schneller Geld haben Ähm Viert Ich mach minus 4140 die Stunde Und 6877 plus Verbrennt den Müll Verbrennt den Müll Ich hoffe das deckt meine Fälle Das haben sie aus mir gemacht Jetzt wo wir Wasser haben kann ich endlich duschen Okay Wir kommen der ganzen Kriminalität in dieser Stadt nicht mehr klar Ich hab nur noch 4 Megawatt Überschuss Und du? Warte, kann ich gleich Ich glaube ich baue mir noch eine neue Irgendwann eine zweite Polizeiwache Zuerst muss ich mein Krankenhaus etwas verbessern 12.000 Ich finde am besten ist es wenn man Am besten ist immer der Anfang Ja der ist wirklich irgendwie geil Auch bei Minecraft Weil irgendwann hat man alles zugebaut Und man weiß nicht mehr was man machen soll Das ist leider ein bisschen kapper Ja Hm Alter was macht denn Maxis Man macht überhaupt nichts Nein Nö, kaum was Und dieser komische Wut Wuturm bei der Polizeiwache Na Das ist ein Bösewicht Okay 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 Ich glaube ich muss hier noch eine neue Feuerwerberstation hinstellen Die ich hier aufgerüstet habe Was ist denn eine Versorgungsabteilung in der Region? Das hier kann ich erhöhen Julian Was? Das ist eine Versorgungsabteilung Ich weiß es nicht Okay Kann ich dir nicht sagen Kann ich das planieren? Woll Das geht ja gar nicht Das geht ja gar nicht Oh oh Abwasserrohr voll ausgelastet Dann brauche ich ein neues Was ist Abwasserfeld? Mein Abwasserrohr ist total voll Und bei mir Bodenverschmutzung ist das oder? Keine Ahnung Kann sein Keine Ahnung Egal Was denn? Zufrieden sind meine Bürger Zufriedenheitskarte Zufriedenheitskarte Alle sind zufrieden Bis auf die hier hinten Wieso sind die nicht zufrieden? Wir brauchen Arbeiter und Liefern lassen Nicht genügend Abnehmer Dann besorgt euch jeden Abnehmer Dann halte ich euer Gebäude jetzt ab So Wenn ihr es verlassen habt Oh ihr wollt ne Police Ja Ja komm hier Ich versuch dir was zu 15.000 Guck mal die sind zufrieden ne? Aber protestieren zu viele Keime Verstehe ich nicht Okay Stattflughafen Ich wollt auch Busse Da reißt das Blösen Stellen sie Wutung auf Wenn sie mehr Unterkünfte zur Verfügung Achso Ohje Zur Unterkünfte noch anstellen Busse Wie sie weit sind Ja Geh dann weg bitte Kann ich hier irgendwo hinstellen ne? Wie kann ich sehen wie weit die Löschfahrzeuge im Einsatz sind? Keine Ahnung Ich will doch mal Unterkünfte zur Verfügung stellen Mann Ach nö na Ja Ja das geht ja noch Grund Zuviel Überfall Entfälle im Gange Okay Bei mir ziehen mega viele aus weil zu viele Überfälle sind Ja Brauch ich ne Police Station eben in die Nähe Die kann ich eigentlich weg machen Obwohl Obwohl Ja Nein Alter Ah nö Kann ich dort eine hinstellen Kann dort eine hinstellen Kann dort eine hinstellen Dort schwächern Dann kann ich eigentlich hier Planieren, planieren Wie ein Kurzschluss Oh hier spielen welche Fußball? Ich kann einen Fußballplatz ausbauen? Ne Das ist jetzt erstmal hier Hier Weg Industrie Ich könnte hier aber noch ein anderes Feld hinmachen Oh hab ich doch abgerissen Wieso hast du noch mal eine Polizeistation? Das geht aber an 30.000 30.000 Fußballplatz schon mal Das heißt nicht Fußballfeld auch nicht Oder Baseballfeld glaube ich war das Ja Cut Maxi man ey Scheiße Fortsch Nee Tag